So, müsste eigentlich funktionieren. Du kaufst ihm oder er kauft dir? Er kauft von mir. Okay. Okay. So, jetzt kriegst du die Messer. Wie hättest du denn da? Weh, du scammst mich jetzt, alter. So, erstmal hier reinhalten. Karambit Slotor fehlgetestet und Statrack Karambit Bluestile. Chat completed. Jetzt behältst du das so lange, bis er halt mir das Geld überwiesen hat und tradest es mit ihm. Was? Was? Kannst du den Chat mit ihm öffnen? Was? Was will ich? Wie ist der Chat mit ihm? Spinnst du wohl? Ich habe dir mal geschrieben, dass ich den Knife von dir bekommen habe und dass er in mein Inventar gucken kann, um sich zu versichern. Was? Hat er halt gemacht. Aber du gibst ihm die noch nicht, wahr? Nein, nein. Ich warte jetzt, was du dann brauchst. Okay, er sieht sie. Der wollte eigentlich nur eins, aber irgendwie wollte er dann doch. Also dann hat er das andere gesehen, dann wollte er das auch noch. I will make screenshot here, okay. Was soll er halt machen? Ich sehe da jetzt kein Problem, warum der keine Screenshots nehmen dürfte. Lasslich bezahlt er einen Haufen Geld für? Richtig. Boah, voll gut und meine Knives. Was? Weißt du, voll die chillige Musik im Hintergrund, weil ich Dungeon Defenders noch offen habe? Ich weiß noch nicht mehr, ob man Steam Ingame so überhaupt in Frap sieht. Ich glaube aber schon. Ich weiß gar nicht, ob man jedes Fenster eines Steam Ingame überhaupt per Frap sieht. Ich glaube aber schon. Mal schon. Und erstmal Straßenbahn. Bitte? Straßenbahn. Ist gerade vorbeigefahren. Also irgendwas schreibt er die ganze Zeit. Er ist auf die Tastatur gekommen, macht jetzt gerade was anderes. Er schreibt den Knife zu ihm und ich werde hier ein Screenshot machen für mein Safe. Und ich schreibe ihm die Geld. Hä, was? 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 Ich sollte den Knife wieder zurück traden oder so. Warum? Muss ich nicht. Wo kommt denn der her, der Typ? Keine Ahnung. Wo kommt denn der her, der Typ? So auf jeden Fall weder Engländer noch Amerikaner noch Australier. Und Inder ist auch keiner. Ich hätte jetzt eher irgendwas Osteuropäisches geschätzt. Irgendwie so Ungarn, Schweiz, äh Schweiz, Tschechien, Polen, Rumänien, Ukraine, was weiß ich. Vielleicht Franzose oder Spanier. Wird auch hinkommen von seinem Englischer. Oder das Deutsche. Okay. Okay. Soll ich den Steam hinzufügen, wieso nicht? Äh, die Friendlist. Okay, I record it out. Ahja. Sollte doch machen. Null? Hm? Mann. Watt. Oh, von mir aus. Einmal. Zwei Mal. Wie neus. Für wen? Für dich? Wie für mich. Warte, warte, warte. Kriegt nix? Nein, 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 nein. Wo bist du dann? You're all friends. Warte, ich schreib dich an. Ja, ich hab jetzt zwei Sounds gut, ich weiß nicht. Du hast das DED aus. Ernsthaft? Ernsthaft? Invite to trade. So, bist das du? Ja. Warum hast du zwei? Ja, weil der glaub ich versucht hat mich grad übers Ohr zu hauen. Ernsthaft? Ja. Nimm an. Ich hab grad noch rechtzeitig wieder auf Unready gemacht, alter. Weil du extra noch gesagt hast, zum Glück auf den ganzen. Alter, lass ich mal gucken, Freunde. Du hast gar keine Online-Lüsse außer mir. Ich glaub, den hab ich auch nicht in der Freundesliste. Der hat mir einfach nur die Anfrage geschickt. Heißt genauso wie du. Sounds good, der Smiley dahinter, alles. Make trade. Sonder so. Hab ich. Erstmal den Unwissenden spielen. Seht gleich auf, ne, der Typ. Schätzungsweise. Warum hat er es doch nicht in der Gruppe geschrieben, dass er es zurückgeben soll? Hat er doch dasselbe Bild gehabt wie ich? Äh, ja. Tja, er hat den Chat verlassen. Tja, er hat den Chat verlassen. Ah, ja. Tja, er hat den Chat. Ja. Tja, er hat den Chat. Vielen Dank. Und mir schreibt er nicht. War der von Reddit weitergeleitet? Hast du denn auf Reddit gefunden den Typen? Naja, auf Tesco launcht. Okay. Okay. Er hat einen zweijährigen Account und versucht so eine Scheiße Abzusehen, was ist denn mit ihm los? Er kriegt jetzt erstmal ein negatives Kommentar von mir Kannst du aber von ausscannen Und dann Irgendwisschen tut, alter. Und postkommend. Ja genau, das not allow you to add in the comments, oder was? Ist klar. Bitte? Ja, man darf bei dem keine Kommentare posten, schon klar. Ich hab's gemacht. Was ein Wichser, alter. Und jetzt. Ich hab's gesagt, wie der hieß, wie ich hieß, oder keine Ahnung, hast du das Profil an dem? Nein, nein, das hab ich zugemacht, sorry. Komisch, ja kein Ding. Vor allem, warum sollte ich dir die Messer geben und du gibst sie wieder zurück? Weißt du, was ich meine? Oh. Ich hab im ersten Fall...